Hallo und willkommen. Sehr viele Betroffene bedauern, sie bekommen einfach nicht so viel Lymphtonage verordnet, wie sie eigentlich benötigen und wie zweifellos gut wäre. Dafür gibt es viele Gründe, aber oft geht es nicht. Doch es gibt Alternativen. Ich habe es schon oft erwähnt, Bewegung im Wasser ist eine hervorragende Methode, den Körper wirksam zu entstaunen. Natürlich ist es ganz wunderbar, wenn Sie ein Schwimmbad in der Nähe haben. Wenn die Schwellungen Sie dann quälen, versuchen Sie eine Zeit lang häufig, am besten täglich, zum Beispiel eine halbe Stunde, sich im Wasser zu bewegen. Es kommt überhaupt nicht darauf an, in einem perfekten Stil die Bahnen zu kraulen. Jede Form der Bewegung ist gut. Wassertreten, Aquajoggen, Ballspielen, was auch immer. Doch was, wenn das öffentliche Schwimmbad gerade geschlossen hat oder es ist unerreichbar? Einige unserer Patienten waren hier wirklich kreativ. Sie nützen einfach das, was verfügbar ist. Also, das beginnt morgens früh beim Duschen. Beenden Sie die Dusche möglichst mit kaltem, am besten eiskalten Wasser. Vor allen Dingen dort, wo es eklig ist. Gesicht, Bauch, Rücken und dann natürlich längere Zeit die Beine. Dann wird die Haut gepflegt und hinein in die Kompressionsstrümpfe. Das ist alles nur Gewöhnung und nach kurzer Zeit wird Ihnen das gar nichts mehr ausmachen. Wenn Sie abends nach Hause kommen und die Beine spannen, entweder die Beine kalt duschen oder noch besser in die kühle Wanne. Einige unserer Patienten gehen sogar mit Kompressionsstrümpfen dort hinein und bewegen die Beine. Der Effekt? Sehr viel Wasser wird ausgeschieden. Wenn Sie einen Garten oder einen Balkon besitzen, auch hier können Sie kreativ sein. Jede Art von Behälter kann für das Training benutzt werden. Vom Kinderplanschbecken bis zur Regentonne. Und weil das im Winter natürlich ein bisschen kalt ist, empfiehlt sich die Anschaffung eines Neoprenanzuges. Der hat zwei zusätzliche Vorteile. Erwärmt sie und gibt nochmal extra Kompression. Der Effekt wird nicht auf sich warten lassen. Vielleicht kommen Sie noch auf bessere Möglichkeiten. Wenn ja, dann lassen Sie mich das wissen und schicken mir möglichst ein Foto. Das war es zu diesem Thema. Herzlichen Dank. Vielen Dank.